Hallo, herzlich willkommen auf diesem Kanal. Heute wollen wir uns mal eine deutsche Aktie aus dem Rohstoffsektor ansehen, nämlich Herdelberg Zement. Die befindet sich auch im DAX 40, macht da knapp 1% Gewichtung aus und hat eine Marktkapitalisierung von etwa 14 Milliarden Euro, ist damit ein Large Cap Unternehmen. Eigentlich versuche ich Aktien aus diesem Segment eher zu vermeiden, da diese Unternehmen aufgrund von schwankenden Rohstoffpreisen eher zyklischer Natur sind, damit weniger gut vorhersehbar und die Unternehmen können dagegen auch nicht viel tun, aktiv durch Management. Also das heißt, sie sind sehr stark von externen Faktoren bestimmt. Ich denke aber, dass es sich lohnt, speziell diese Aktie mal genauer unter die Lupe zu nehmen, da sie zurzeit auf der einen Seite günstig bewertet ist, auf der anderen Seite aber auch die Nachfrage nach Zement und Beton nicht nur sehr hoch ist, sondern sich möglicherweise in naher Zukunft sogar noch weiter steigern wird. In diesem Video wollen wir neben der Bewertung der Aktie an der Börse auch die Qualität des Unternehmens ansehen, anhand von bestimmten Kennzahlen und wollen auch die Aussichten eines möglichen Investments mal unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Max Butter von aktienbewertung.info. Bevor wir uns allerdings jetzt über die Bewertung unterhalten, noch ein kurzer Überblick, wie es momentan am Zementmarkt aussieht. Also was sind die Chancen und Risiken? Also zunächst mal zur Zementpreisentwicklung an sich kann man sagen, die Zementpreise steigen. Im Gegensatz zu vielen anderen Preisen von Baustoffen, zum Beispiel Holz, ist enorm gefallen. Nachdem es extrem gestiegen ist, momentan, also zumindest in den letzten zwölf Monaten, war die Entwicklung in den USA bei etwa 15 Prozent, in Deutschland deutlich höher bei 51,7 Prozent. Der Grund und deswegen auch die höheren Deutschlandpreise, das liegt zum einen an den gestiegenen Energiekosten, aber auch an der Einhaltung der Umweltauflagen. Also Stichwort CO2-Bepreisung. Jetzt ist es so, die Energiekosten sind zwar deutlich gestiegen, das heißt man konnte glücklicherweise in dieser Branche auch die Preise an den Endverbraucher weitergeben. Jetzt sind die Energiekosten wieder ein bisschen gefallen und das führt da eben dazu, dass die Hersteller aber trotzdem nicht die Preise verbilligen und ihre Marktmacht da einfach ausnutzen. Und das ist ein Vorteil. Wir haben als Chance einen Bedarf an Erneuerung der Infrastruktur in großem Stil. Das heißt, es gibt also in den G7-Staaten nicht nur die Notwendigkeit, die Infrastruktur zu erneuern, sondern eben auch zusätzlich noch Konjunkturprogramme, zum Beispiel in den USA, wo die Halbleiterindustrie gestärkt werden soll, wo also Halbleiterfabriken gebaut werden. Man sieht aber auch in Deutschland zum Beispiel den Ausbau der erneuerbaren Energie, die auch einen erheblichen Anteil an Zement bzw. Beton benötigt. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf ungefähr so 3,5 Billionen US-Dollar allein 2023. Es besteht allerdings gerade in den USA momentan eine Knappheit. Das heißt also, die Hersteller sind komplett ausgelastet und zusätzlich kommen Lieferengpässe dazu. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite einen Mangel an LKW-Fahrern, die das Ganze ausliefern. Auf der anderen Seite zum Beispiel Probleme mit dem Pegelstand des Mississippi, wo dann also auch der Zement nicht mehr ausreichend verschifft werden kann. Die Margen entwickeln sich entsprechend gut. Die Preissetzungsmacht ist höher als erwartet. Speziell im Betonbereich ist natürlich die Sache auch noch die, dass die lokalen Hersteller eine gewisse Marktmacht haben, weil ja die Lieferwege gerade von Fertigbeton dann eher kurz sein müssen. Und das wird dann natürlich auch ausgenutzt. Die USA kann sich nicht mehr alleine versorgen. Das heißt also, die Importe an Zement steigen und liegen mittlerweile bei etwa 20 Prozent. Das heißt, ein Fünftel werden importiert. Der Hauptlieferant war die Türkei. Das macht allein ein Drittel aus. Jetzt ist es allerdings so, dass im Februar dort ja ein Erdbeben war. Das heißt also, die haben selber hohen Bedarf an Zement bzw. Beton, sodass also da zusätzlich ein Engpass entsteht. Das ist also insgesamt ein sehr interessanter Markt. Da sehen wir uns jetzt mal die Bewertung der Aktie an der Börse an. Und dazu gucken wir uns jetzt nur mal die Aktie von Heidelberg Zement an. Wie war die eigentlich in der Vergangenheit bewertet? Wir nehmen hier als Kriterium mal den Umsatz. Der ist nämlich relativ solide von der Entwicklung her. Da gab es immer wieder mal Einbrüche, zum Beispiel hier 2014, aber auch 2020. Aber insgesamt zeigt die Kurve nach oben. Und wenn wir jetzt den ganz rechten oberen Punkt des Umsatzes nehmen und den ganz linken, dann sehen wir, dass das Wachstum pro Jahr etwa 4,4 Prozent betragen hat. Das ist jetzt nicht allzu üppig, aber es ist eben ein mehr oder weniger konstantes Wachstum. Aktuell ist das Kursumsatzverhältnis 0,6. Das heißt also, wir sehen, der Aktienkurs, der steht momentan bei etwa 70 Euro. Und der Umsatz pro Aktie, der war 2022 bei 112 Euro. Das bedeutet also, man bekommt sozusagen fast das Doppelte des Umsatzes, das die Firma macht pro Aktie zum Preis von einer Aktie. Ist also sehr günstig, aber generell, das sehen wir auch gleich nochmal, ist natürlich im Rohstoffbereich generell dieses Kursumsatzverhältnis eher niedriger im Vergleich zu anderen Sektoren. Ja, und wenn wir uns jetzt ansehen, wie Heidelberg Zement in der Vergangenheit bewertet war, dann können wir hier sehen, dass in der Historie die Bewertung etwas höher war, nämlich bei dem 0,8-fachen Umsatz pro Aktie. Und das wird hier dargestellt durch diese dunkle orangene Linie. Dann haben wir hier noch eine Schwankungsbreite. Das ist eine Standardabweichung, das heißt also, in zwei Drittel der Zeit hat der Börsenkurs innerhalb dieses Kanals geschwankt. Und wir sehen natürlich, dass es auch immer wieder Übertreibungen gab, hier zum Beispiel 2015, 16. Da war der Aktienkurs deutlich höher als normal. Und wir sehen auf der anderen Seite hier 2010 zum Beispiel ein deutliches Unterschreiten dieses Kanals, also dieser Standardabweichung. Das heißt also, das deutet schon darauf hin, dass hier die Aktie besonders billig war. Ja, das gleiche haben wir dann hier auch 2020 gesehen in der Corona-Krise und hier 2021 im Zuge der allgemeinen Korrektur des Aktienmarktes. Und seitdem konnte aber der Kurs schon wieder über 70 Prozent steigen. Aktuell, wie gesagt, bei 70 Euro. Der Kurs ist jetzt wieder in der Standardabweichung, das heißt also im Normalbereich, wenn man so will. Aber wir sehen, dass hier doch noch ein deutliches Potenzial nach oben ist. Und wenn wir uns das mal angucken, das sind also 17,4 Prozent, die der Kurs niedriger ist als historisch gesehen. Also die mittlere Bewertung in der Vergangenheit. Und damit kann man schon sagen, dass Heidelberg-Zement momentan billig ist. Sehen wir uns jetzt die statische Bewertung an. Das ist die Bewertung der Vergleichsunternehmen, also andere Rohstoffwerte, die ein ähnliches Wachstum, also hier 4,4 Prozent, aufweisen. Wie sind die eigentlich bewertet an der Börse? Und da sehen wir die Referenz, das nennen wir Referenzbewertung, die liegt bei dem 1,3-fachen Umsatz. Und damit ist die Kurve, die Referenzkurve natürlich noch höher. Das heißt also, der Kurs ist hier noch stärker unterbewertet, nämlich über 50 Prozent. Hier steht 53,2 Prozent niedriger als die Referenzbewertung. Ja, und die Schwankungsbreite der Unternehmen, das sieht man schon, die ist besonders groß. Das heißt also, es gibt im Rohstoffbereich offensichtlich sehr unterschiedliche Bewertungshöhen. 50 Prozent aller Unternehmen, die mittleren, die sind, die bewegen sich hier in diesem orangenen Bereich. Das heißt also, da sind wir ganz, ganz am unteren Ende der Skala. Das heißt also, man kann sagen, die Aktie von Heidelberg Zement, die ist sozusagen an der Grenze zu den billigsten 25 Prozent aller Rohstoffwerte. Interessant ist jetzt, wenn wir uns die Gewinnsituation ansehen, also Stichwort KGV. Also wir gucken uns das KGV von Heidelberg Zement an. Das ist momentan bei 8,2 und die Referenz, also das durchschnittliche Rohstoffunternehmen, wird mit dem 17,3-fachen des Gewinns pro Aktie bewertet. Und das ist hier eingezeichnet als grüne gestrichelte Linie, 17,3. Und wir haben wieder die Schwankungsbreite, also 50 Prozent aller Unternehmen aus dem Rohstoffbereich, die mit jetzt 12,0 Prozent wachsen. Ja, das ist im Prinzip der Gewinn pro Aktie, der hier prognostiziert wird für 2025. Also da sind auch Analystenschätzungen mit drin in Relation zu dem Gewinn hier ganz links, 2010. Und wenn wir das annualisieren, also gucken, wie viel Wachstum pro Jahr war vorhanden, dann kommen wir eben auf 12,0 Prozent. Das ist die Referenz und die Durchschnitt der Bewertung bei 17,3. Bei aktuell haben wir, wie gesagt, ein KGV von 8,2 und das bedeutet, auch hier ist analog zum Umsatz die Aktie im Prinzip mehr als 50 Prozent billiger. Das heißt also, hier ist enormes Kurspotenzial, sofern die Aktie wieder das Norm-KGV erreichen wird. Das ist natürlich bei zyklischen Werten immer schwierig, aber wir sehen, dass die Gewinnentwicklung bis auf das Jahr 2020, wo es einen deutlichen Einbruch gegeben hat, doch relativ konstant ist. Was interessant ist, ist, dass die Analysten hier eben von deutlich steigenden Gewinnen ausgehen in der Zukunft. Und sollte das tatsächlich so eintreten, das wissen wir natürlich nicht. Das ist der Blick in die Glaskugel, aber die Analysten, die können das natürlich am besten einschätzen. Und da muss man sich auch ein Stück weit darauf verlassen. Dann hat der Kurs hier zu stark korrigiert. Also gerade im Jahr 2020, als es hier diese Probleme mit dem Gewinn gab, da hat sich der Kurs eigentlich nie wirklich wieder von erholt. Wir sehen aber auf der anderen Seite, dass hier in den Jahren 2011 bis 2017 etwa der Kurs sich relativ gut mit dieser Referenzbewertung bewegt hat. Also das heißt, hier ist an der Stelle durchaus Nachholpotenzial vorhanden. Wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, wie es am Zementmarkt aussieht. Also das heißt, hier ist schon ein gewisses Potenzial vorhanden und damit wirkt die Aktie zunächst mal sehr attraktiv. Sehen wir uns den freien Cashflow an. Der war eigentlich immer positiv in dem hier dargestellten Bereich. Auch hier gehen die Analysten von stark steigenden Cashflows aus, die dann aber auf hohem Niveau sich stabilisieren sollen. Auch hier haben wir im Prinzip eine deutliche Unterbewertung. Wir können sehen, die Referenz, die ist eben hier bei 18,0 und da sind wir 44,5 Prozent niedriger momentan mit einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 10,0. Also auch hier können wir sehen, bis 2017 ist eigentlich der Kurs recht gut den freien Cashflows pro Aktie gefolgt. Dann gab es eine Abkopplung. Das hat auch mit dem Gewinneinbruch zu tun. Und jetzt sind wir eben weiterhin auf sehr niedrigem Niveau und haben ein gewisses Nachholpotenzial. Ja, die Dividendensituation bei Heidelberg Zement. Die Dividendenrendite 3,9 Prozent. Und die Dividende konnte zumindest in dem hier dargestellten Bereich auch schön gesteigert werden. Wir haben hier eine Dividendensteigerung bis einschließlich 2022 von 21,5 Prozent pro Jahr im Schnitt. Allerdings gab es davor auch mal eine Kürzung, die ist jetzt hier nicht dargestellt. Aber festzuhalten ist, dass in dem dargestellten Bereich tatsächlich die Dividende schön gesteigert werden konnte. Und der freie Cashflow, der hat auch immer im Prinzip die Dividende oder die Dividendenauszahlung gedeckt. Wir haben aktuell eine Auszahlungsrate von hier etwa 45 Prozent, was durchaus eine gewisse Margin of Safety beinhaltet. Das heißt, wir haben hier durchaus auch die Möglichkeit, dass die Cashflows noch einbrechen könnten, ohne dass die Dividendenzahlung da in Gefahr wäre. Wenn wir uns jetzt mal die Bewertung und die Qualität des Unternehmens in einem Chart ansehen, dann haben wir hier diesen Überblickschart. Das ist ein Hexagon, wo wir sechs verschiedene Aspekte beleuchten und das im Verhältnis zu dem Sektor. Das heißt also, wie steht das Unternehmen Heidelberg Zement im Verhältnis zu anderen Aktien oder anderen Unternehmen in dem Fall aus diesem selben Sektor, in dem Fall Rohstoffe. Und alles, was über dieses gelbe Hexagon hinaus reicht, das wäre dann überdurchschnittlich gut. Und wenn es unterhalb dieses gelben Hexagons ist, dann ist es eben unterdurchschnittlich. Und wir sehen, dass die Bewertung eben heraussticht. Also die ist besonders niedrig. Das ist hier eine Mischung aus der historischen Bewertung und der Referenzbewertung. Wir sehen auch, dass der Piotrowski F-Score, das ist ein Scoring-Modell, was von 0 bis 9 Punkten reicht, was ein bisschen die Güte des Unternehmens zeigen soll, recht hoch ist. Sieben Punkte, also wirklich im Top-Bereich. Hervorzuheben ist noch die Schuldenquote, die niedriger ist als der Durchschnitt mit 47 Prozent. Aber die anderen drei Punkte, die sind eben unterdurchschnittlich. Das eine ist die Prognose des Umsatzwachstums mit nur 2,3 Prozent pro Jahr für die nächsten drei Jahre. Das ist unterdurchschnittlich für den Rohstoffbereich. Außerdem ist die operative Marge niedriger als der Schnitt mit 11,7 Prozent und die Owner Earnings pro eingesetztem Kapital. Also wie viel tatsächlicher freier Cashflow, der am Ende dem Investor zur Verfügung steht, kann erwirtschaftet werden pro investiertem Kapital von dem Unternehmen. Und das sind nur 5 Prozent. Das ist also tatsächlich nicht nur relativ wenig, sondern auch absolut wenig. Und hier muss man eben, wenn man investieren will in diese Aktie, eben darauf hoffen, dass tatsächlich diese Aussichten, die ich vorhin geschildert habe, auch eintreten. Und dass eben der Zementmarkt hier noch einiges an Aufschwung erleben kann. Ja, sehen wir uns noch einen kurzen Überblick generell über zementherstellende Unternehmen an, weltweit. Und hier diese Grafik, die zeigt im Prinzip eine Art Risikomatrix im Sinne von Bewertung und Qualität. Also das, was uns eigentlich interessiert als Investoren. Wir wollen ja möglichst ein Unternehmen haben, das eher gering bewertet ist, damit wir diese Margin of Safety haben. Also das heißt ein gewisses Kurspotenzial. Und auf der anderen Seite wollen wir ja ein Unternehmen haben, das möglichst eine hohe Qualität im Sinne der Unternehmenskennzahlen aufweist. Und dazu haben wir hier mal bei aktienbewertung.info eine Klassifizierung vorgenommen von den verschiedenen Unternehmen. Wir sehen auf der horizontalen Achse auf der einen Seite die Bewertung an der Börse. Wir gehen hier aus vom fairen Wert, der hier als rote gestrichelte Linie dargestellt ist. Alles, was links davon sich befindet, ist unterbewertet. Alles, was sich rechts davon befindet, ist überbewertet. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Unternehmensqualität. Die ist dann auf der Vertikalachse abgebildet. Je höher das Unternehmen angesiedelt ist, desto höher ist die Qualität des Unternehmens. Und natürlich wollen wir gerne ein Unternehmen haben, was eher hier sich in diesem Bereich befindet. Da wäre zum Beispiel das US-Unternehmen Eagle Materials zu nennen. Das könnte man sich dann auch mal angucken. Hier haben wir eben europäische Werte zum Beispiel. Das sind eben auf der einen Seite die irische CRH-PLC und die Schweizer Holzim. Und dann eben Heidelberg Zement, die hier besonders hervorsteht, weil sie eben sehr niedrig bewertet ist. Aber die Qualität wird hier als etwas geringer eingestuft. Wie gesagt, es sind aber nur Momentaufnahmen. Das heißt, die verändern sich von Tag zu Tag. Je nach Bewertungshöhe, also Kurssteigerung oder Kursverfall, wird sich das horizontal auswirken. Und sobald eben neue Zahlen veröffentlicht werden, kann sich dann auch vertikal etwas verändern. Wir sind aber mit Heidelberg Zement hier gerade noch im grünen Bereich. Das heißt also, das ist der für die Investoren interessante Bereich. Wir sehen uns das Ganze im zeitlichen Verlauf an. Das sind eben diese Owner Earnings pro eingesetztem Kapital. Also wie effizient kann das Unternehmen mit Kapital umgehen? Und da sehen wir eben diese, ja, für 2023 ein von den Analysten deutlich höher geschätztes Verhältnis. Also sprich, wir reden hier über 8,3%. Damit wären wir im überdurchschnittlichen Bereich. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Also wir müssen hier darauf spekulieren, dass tatsächlich sich der Trend verbessert. Und das wäre dann auch tatsächlich in einem überdurchschnittlichen Bereich, deswegen hier grün gefärbt. Insgesamt kann man sagen, dass Heidelberg Zement es schon geschafft hat, einen langfristigen Trend nach oben zu entwickeln. Das heißt also, das Unternehmen ist immer effizienter geworden. Sehen wir uns den Capflow an. Das ist im Prinzip die Maßzahl, wie viel Kapital muss das Unternehmen aufwenden von dem erwirtschafteten Cashflow, also von dem operativen Cashflow, der aus dem täglichen Geschäft erwirtschaftet wird, um das Geschäft weiter betreiben zu können. Also die werterhaltenen Investitionsausgaben, die letztlich ja den Investoren dann weggenommen werden müssen, um das Geschäft fortführen zu können. Und da sind wir hier selbst im Rohstoffbereich im überdurchschnittlich hohen Bereich. Das heißt also, es ist ein sehr kapitalintensives Geschäft. Das ist sicherlich ein negativer Punkt, den man beachten muss. Das heißt also, vom Cashflow wird Geld sozusagen geklaut, muss aufgewendet werden, um das Geschäft fortführen zu können. Das ist natürlich nicht so schön. Das sieht bei Softwareunternehmen wesentlich besser aus. Die müssen natürlich nicht so viel investieren. Ja, sehen wir uns noch die Schuldensituation von Heidelberg Zement an. Wie gesagt, die Schuldenquote derzeit bei 47 Prozent. Damit sind wir hier niedriger als bei Vergleichsunternehmen aus dem Rohstoffbereich unterwegs. Wir sehen hier rechts die Vermögenswerte, die Assets, und auf der linken Seite die Schulden demgegenüberstehend. Und das Verhältnis von Schulden zu Assets ist eben die Schuldenquote, die ist hier als schwarze Linie dargestellt. Bei den Vermögenswerten fällt auf, dass hier doch ein relativ hoher Anteil an Firmenwert oder Goodwill vorhanden ist. Das heißt also, zu viel gezahltes Geld bei Übernahmen, was unter Umständen abgeschrieben werden muss, das ist immer eine Gefahr. Das heißt also, möglicherweise könnten die Assets hier sinken und damit würde die Schuldenquote steigen. Die Tilgungskraft ist relativ gering. Das heißt also, der freie Cashflow, der theoretisch für die Tilgung zur Verfügung stehen würde, der ist doch so niedrig, dass man hier 14,5 Jahre bräuchte, um theoretisch die Schulden tilgen zu können. Das heißt, die Schuldenquote ist zwar niedrig, aber Tilgungssituation nicht ganz optimal. Ja, die Frage ist, wie verdient Heidelberg Zement eigentlich das Geld? Der Jahresumsatz in 2022, der hat 21,1 Milliarden Euro betragen und die Herstellungskosten 8,7 Milliarden Euro. Das ergibt dann einen Bruttogewinn oder eine Bruttomarge von 59 Prozent. Und die ist tatsächlich sehr gut, also die ist in den Top 25 Prozent. Das heißt also, man hat hier die Stückkosten sehr gering gehalten. Was allerdings ziemlich reinhaut, sind die Betriebskosten mit 10 Milliarden Euro. Das heißt, der operative Gewinn, der hat nur noch 12 Prozent Marge und der ist damit eben unterdurchschnittlich. Das hatten wir eben schon im Überblickschart gesehen. Und wenn man die Steuern und sonstiges noch abzieht, dann bleiben 8 Prozent Nettomarge übrig. Macht einen Nettogewinn von 1,6 Milliarden Euro. Jetzt die Frage, wie verwendet Heidelberg Zement eigentlich sein Geld? Das können wir im Cashflow-Diagramm sehen. Dazu müssen wir jetzt natürlich die Wertminderung und Abschreibung wieder hinzuaddieren, denn die sind ja nur bilanztechnisch abgezogen worden, sind aber de facto ja tatsächlich ins Unternehmen geflossen. Wir haben außerdem noch Änderungen im Betriebskapital. Das kann man so oder so sehen, gibt aber insgesamt einen operativen Cashflow von 2,4 Milliarden Euro. Das ist also das, was das Unternehmen aus der Geschäftstätigkeit letztlich generiert hat. Und wir können sehen, dass dieser operative Cashflow etwa zur Hälfte in Investitionen geflossen ist und zur anderen Hälfte in die Finanzierungssparte. Und was hier auffällt, ist, dass die Investitionsausgaben, die eben zum größten Teil tatsächlich nur wert erhalten sind, also nicht zum Wachstum beitragen, die sind recht hoch mit 1,3 Milliarden Euro. Der Rest ist dann für andere Käufe verwendet worden. Und der Finanzierungsteil, der wurde noch im Prinzip bezuschusst durch Cash, was aus dem Unternehmen geflossen ist, was natürlich negativ ist, weil man hier an die Ressourcen gegangen ist und wurde hauptsächlich für Schuldentilgung verwendet in Höhe von 1,4 Milliarden Euro und in kleinem Umfang noch für Aktienrückkäufe bzw. Dividenden. Interessant ist jetzt noch, das Ganze aus einer anderen Perspektive zu betrachten, nämlich wie sieht es eigentlich aus mit dem freien Cashflow. Wir haben also hier wieder den operativen Cashflow in Höhe von 2,4 Milliarden Euro als Ausgangsposition. Und um den freien Cashflow zu erhalten, müssen wir hier die Investitionsausgaben, also Capital Expenditure oder kurz CapEx abziehen. Die machen 1,3 Milliarden Euro aus, hier lila dargestellt. Und damit verbleibt ein freier Cashflow in Höhe von 1,08 Milliarden Euro. Das heißt also, der kleinere Anteil des operativen Cashflows bleibt nur übrig als freier Cashflow. Und das liegt eben daran, dass das Unternehmen bzw. dieses ganze Segment eigentlich sehr, sehr kapitalintensiv betrieben werden muss. Und das ist sicherlich immer negativ für einen Investor, weil es eben dazu führen kann, dass in schlechten Jahren dann alles oder sogar noch mehr allein durch Maintenance, also durch aufrechterhalten, werterhaltende Maßnahmen aufgewendet werden muss und weniger letztlich oder gar nichts mehr für den Investor verbleibt. Ein ganz kleiner Teil wird hier geschätzt. Von den Investitionsausgaben ist nicht werterhaltend, sondern wertsteigernd. Das kann man jetzt hier noch den Owner Earnings dazurechnen. Und damit haben wir letztlich einen Betrag von 1,15 Milliarden Euro an Owner Earnings, die letztlich den Investoren zugute kommen. Also das ist sicherlich ein Nachteil. Und jetzt kommen wir zum guten Teil. Das hatte ich ja auch anfangs schon erwähnt. Aufgrund der extremen Unterbewertung der Aktie haben wir natürlich ein immenses Kurspotenzial. Sollten die Analystenschätzungen am Ende eintreten und sollte der Kurs tatsächlich sich den Fundamentaldaten wieder annähern, so wie das in der Vergangenheit der Fall war. Wenn beides eintrifft, auch nur ansatzweise, dann haben wir tatsächlich ein sehr hohes Potenzial an Kurswachstum. Und das können wir hier eben sehr schön sehen. Wir haben die statische Bewertung, also der Vergleich zu anderen Unternehmen in demselben Sektor. Wir haben das aktuelle KGV von 8,2 und wenn es auf die Referenzbewertung von KGV 15,7 wieder steigen sollte, dann hätten wir hier bis 2024 als Beispiel einen Kursgewinn von über 100 Prozent, 106,3 Prozent zu erwarten. Inklusive der Dividenden, die man dann noch pro Aktie erwarten kann, hätten wir einen Gesamtgewinn von 112,7 Prozent zu erwarten. Wenn genau dieser Punkt erreicht wird und das würde annualisiert, also umgerechnet auf zwölf Monate, dann tatsächlich einem Gewinn von 61,1 Prozent entsprechen. Und das ist natürlich wirklich exorbitant gut. Und das ist genau dieses Potenzial, was man hier eben hat in dieser Aktie. Also mit anderen Worten, wenn wir das mal zusammenfassen wollen, allein aufgrund der Bewertungshöhe und den Aussichten in dem Gesamtmarkt ergibt sich hier schon ein deutliches Potenzial. Also wenn du Interesse hast an einem Investment in Heidelberg Zement, dann wirst du wahrscheinlich noch weitere Informationen einholen müssen. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Ich wünsche dir viel Erfolg an der Börse und ich bedanke mich für das Interesse an diesem Video. Ich wünsche dir viel Erfolg.